Theatersommer Parndorf 2017. Kulinarisches, Kredenzen und Genießen. Die Schmankerlwirte sind einer der Höhepunkte hier im Parndorf. Warum macht man da mit? Man kann sich auch ein bisschen immer anschauen und sprechen mit den Schauspielern. Wenn man weiß, es ist im richtigen Fleck, es wird im richtigen Fleck helfen, dann passt es auch. Es ist schön, ein Teil davon zu sagen. Und es ist immer lustig, wir haben unsere Schmankerl sind traditionelle Sachen. Krammelschmalz, Verhackerts, das sind unsere Spezialisten. Und natürlich der tolle Wein. Die wirklich gesunden Sachen, die echt gut schmecken. Ja, genau so ist es. Und so soll es auch sein.